Norddeutscher Rundfunk 2021 Also, dann tust du mal die Strasse entlang mit deinem Turm. Die Strasse entlang, check. So, auf 12 Uhr. Du bleibst da drauf und ich nehme eine Uhr. So, jetzt warten wir hier. Der Schütze ist auf 12 Uhr und ich bin auf 1 Uhr drauf. Check, check. Und der Fahrer kann Kaffee trinken. Ja. Kaffee, Ole. Heine Kaffee, Ole. Heine Kaffee, Ole. Kontakt. 12 Uhr. Infanterie, oder was? 12 Uhr. Easy, Jungs. Easy, Jungs. Easy, Jungs. Wo ist das? Du hast nicht zu viele Schüsse für Güden, Mann. Du schiesst auf Infanterie mit der Kanone. Ich schiebe mir eine Atombombe und schmeiße sie. Also unser Schütze hat das Gefühl, er ist im Battlefield und schiesst mit der Kanone auf Infanterie. Verstanden. Ja, jetzt bist du ausgeschossen, wenn er erste Hand kommt, der Urenlappe. Ja, wir fischen noch. 30, 42, 43 Schüsse. Scheiss. Ich könnte davon links kommen, Achtung. Logi, du kriegst gleich noch ein bisschen Support beim Abschauffein. Verstanden, gering, aber. Bennett, ich setz euch gleich noch in einem Munitionskassel. Ja, verstanden. Weiss meine Leute ein, die Schauffein dazu. Infanterie. Jawohl. Schlecht. Was schiesst hier, Mann? Kein Angriff. Ich bin von hinten. Ich glaube, ich schwenke. Ja, das ist irgendwie easy bleiben. Nein, 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 nicht drehen, nicht drehen. Das andere nicht drehen. Alles gut, alles gut. Das war schmerzig. Einarbeit bitte beim Gojimann, der möchte noch ein bisschen Sachen aufbauen. Kein Fahrzeug. Eigens. Das war der Fernseher. Wir haben hier, glaube ich, bei Infanterie auf 11 Uhr, beim Hausecken. 11 Uhr. Husecken. Er hat nach vorne geschaut. Genau. Jetzt ist er wieder weg. Genau auf der Ecke. Wo der Nebel ist. Das Haus vor uns. Jetzt kommt er nach vorne wieder. Nice, du hast ihn. Nice. Wir haben einen Gegner down. Nice, Samir. Wie wir die Feldstecher draufziehen. Geil, Mann. Er ist weggekreuzt. Kopfschiss. Ruh, in die Fresse hineinwandern. So, wieder die Strasse abdecken. Ich schau dir jetzt mal zurück. Ich bin in der Besser-Vorstelle. Check. Aber sie waren die 3 Töcke vor mir. Sie waren die rechte Maustaste. Reflex-mässig haben die links Töcke. Bob, haus weg. Sie sind gestorben, oder? Jetzt kommt man auf hier dran. Noch eine Scheine links. 11, 12. Eine Hausecke rechts neben dran. Er steht tot. Nice. Gegner down, Gegner down. Geil. F*** alle, Jemir. Ich weiss nicht, warum es die wir dem Karabiner auf uns zielen, Mann. Sind die behindert? Aber das ist nicht der Rest. Können Sie etwas machen? Nein. Stell dir vor, wir hätten jetzt einen Königs-Digger, Mann. Na gut, aber für mich konnten sie ja mit den Waffen messen, wenn wir da sind. Nein, wir sind echt nicht oben. Verstanden, oben. Das ist kein Kampfpanzer hier, oder? Du kannst dich freuen, wenn wir mal einen Kampfpanzer haben. Oh, du fährst ja die Ecke da oben hochgeschossen. Ja, wenn ich nicht schreie, dann musst du nicht schiessen. Verstanden. Entschiessen. Bleib drauf auf der Strasse, damit du hier schnell links sehen kannst. Ich bin am Beobachten. Bleib einfach ruhig. Alles gut bei euch, Jungs? Ja. Wir haben hier ein paar Feinde bekommen, oder zumindest zu pressen. Wir haben bei Mark's Camp schon einige Infanteristen abgefangen mit unserem Panzer. Ja. Also von Westen kommt da nicht viel vorbei an uns. Infanterie weit weg auf 11 Uhr. Sie kommen übers Feld. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Der ist wach. Down. Feuer halt. Hat sich der noch hingelegt, oder? Kontakt 12 Uhr. Ja, die kommen jetzt. Von links auch. Infanterie. Emi. Emi, du musst schreien, wenn die Panzer geschehen. 12 Uhr. Check. 12 Uhr habe ich Infanterie gesehen. Genau dort. Ich glaube, nach 12 Uhr verscheu ich. Sieht gut aus, ich bin wieder 11 Uhr drauf. Auf. Entstanden. Kontakt 11 Uhr. Gleiche Position bei den Gebäuden. Sicher so weit links ist. 11 Uhr oder 11 Uhr? Nein, 11 Uhr 30. Ich sehe es. 11 Uhr 30. Ja, auf dem Dach. Auf dem Dach. Ein bisschen links. Ja, genau. Siehst du den auf dem Dach? Ich glaube nicht aus deiner Position. Nein, nein. Nein, sie sind nicht. Kontakt 1 Uhr. Von rechts. Nichts. Kontakt 12 Uhr. Kontakt 12 Uhr. Das ist direkt. Kontakt 12 Uhr. Kontakt 12 Uhr. 1 Uhr. Ja, warte, 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 warte. Nicht aus deiner Position. Okay, Fahrer. Circa 100 Meter zurück. Die haben sicherlich unsere Position gemeldet. Probiere auf der Strasse zu bleiben, sonst drehst du den Panzer um, vorwärts zurückfahren. Turm bitte auf 6 Uhr. Ja. Strasse bleiben wir. Ist es wert, Panzer? Unscore 2, Südwestlich, ich mache einen L-Phobie-Marker, da steht das weit MSB, von da aus klinge wahnsinnig viel Druck. Warte mal langsam, du bist schon zu weit weg. Ventures 917, bitte zerstören. Kannst du nochmal die Position wiederholen, Commander? Warte schnell. Ja. Part of Interest 16. Fahr mal Richtung 17. Da ist ein MSB, bei der Interest Point 70S. Ja. Wir sind unterwegs Richtung 17, Point of Interest. Direkt vor uns ist ein deutsches LKW. Ja, der LKW, richtig. 12 Grad. Soll ich es abknallen? Ja, der muss zerstört werden. Check. Das ist da drüber. Ja, Treffer. Zerstört. Der LKW von den Deutschen wurde zerstört von uns. Gute Arbeit. Wir haben gerade ein Kompliment bekommen vom Kommandanten. Versuch uns! Ich bin noch ein Team! Wir sind nicht in Ordnung! Turaney ein. Versuch uns! Versuch uns zu werden! Wir sind nicht in Ordnung! Untertitelung des ZDF, 2020